Wir lesen weiter aus dem Srimad Bhagavatam, erster Kanto, erstes Kapitel, die Fragen der Weisen, und heute sind wir im fünften Vers. Eines Tages, nachdem die Weisen ihre Morgenpflichten erfüllt hatten, indem sie ein Opferfeuer entzündeten und Srila Sutta Goswami achtungsvoll einen Sitz angeboten hatten, stellten sie ernsthafte Fragen über folgende Angelegenheiten. So, das Kapitel heißt die Fragen der Weisen und nun hören wir, werden wir dann von den Fragen der Weisen hören. So, nun, nachdem sie ihre Morgenpflichten durchgeführt hatten, hatten sie auch ein Opferfeuer angezündet und dem Sutta Goswami, der der Sprecher des Bhagavatams ist, einen Sitz angeboten, damit er nun erzählen kann von diesen wichtigen Themen. Erläuterung Der Morgen ist die beste Zeit, spirituelle Dienste zu verrichten. Die großen Weisen boten dem Sprecher des Bhagavatam achtungsvoll einen erhöhten Sitz an, der Vyasasana oder der Sitz Sri Vyasadevas genannt wird. Sri Vyasadeva ist der ursprüngliche spirituelle Lehrer aller Menschen. Alle anderen Lehrer werden als seine Repräsentanten angesehen. Ein solcher Repräsentant ist jemand, der die Betrachtungsweise Sri Vyasadevas genau wiedergeben kann. Sri Vyasadeva teilte die Botschaft des Bhagavatam, Srila Sukadev Goswami mit, und von diesem hörte sie Sri Sutta Goswami. Alle echten Vertreter Sri Vyasadevas in der Kette der Schüler nachfolge, müssen als Goswamis angesehen werden. Diese Goswamis beherrschen alle ihre Sinne und halten sich an den Pfad, der von den vorangegangenen Acharyas beschritten wurde. Die Goswamis halten keine launenhaften Vorlesungen über das Bhagavatam, sondern führen vielmehr ihre Dienste sehr sorgsam, sorgfältig aus, wobei sie ihren Vorgängern folgen, die ihnen die spirituelle Botschaft unverfälscht mitteilen. Diejenigen, die aus dem Bhagavatam hören, können Fragen an den Sprecher richten, um die klare Bedeutung ans Licht zu bringen. Aber dies sollte nicht in herausfordernder Haltung geschehen. Man muss Fragen mit großer Achtung vor dem Sprecher und dem Thema stellen. Dies ist auch der in der Bhagavad Gita empfohlene Weg. Man muss das transzendentale Thema mit einer ergebenen Bereitschaft zum Hören aus den richtigen Quellen empfangen. Daher wandten sich diese Weisen mit großer Achtung an den Sprecher Sutta Goswami. So, die großen Weisen haben dem Sprecher Sutta Goswami einen Sitz angeboten und nun sehr respektvoll begeben sie sich vor ihn, um das Bhagavatam zu hören. Srila Prabhupada konzentriert sich in dieser Erläuterung darauf, dass es wichtig ist, Fragen zu stellen. Wir sollen uns Gedanken machen, wir sollen Wissen erfahren wollen, wir sollen wissbegierig sein, im Besonderen über dieses transzendentale Thema. Und wenn wir dann einen qualifizierten Sprecher haben, sollen wir ihm sehr ergeben, respektvoll Fragen stellen, nicht in herausfordernder Haltung. So, dieses Fragenstellen soll damit gemacht werden, um Unwissenheit zu vertreiben und nicht um einen gegenteiligen Standpunkt zu etablieren. Man soll wirklich Fragen stellen, um zu verstehen und mit einer gewissen Einstellung, ja, ich möchte etwas lernen. Und dann kann man wirklich Wissen bekommen von einer fortgeschrittenen Seele, weil diese Person dann geneigt ist, Wissen zu offenbaren. Wenn man eine herausfordernde und respektlose Haltung hat, dann wird der Sprecher nicht inspiriert sein, die Fragen zu beantworten. Muss er auch nicht. Der große Weise hat nicht einen Drang, Wissen zu verbreiten. Er gibt nur dort Wissen, wo es auch wirklich gewollt wird. Er hat in der Hinsicht keine Mission, er ist vollkommen losgelöst. Natürlich möchte er, dass die Welt bewusst wird, Gottes bewusst wird und so weiter. Aber wenn er in eine Situation kommt, in der niemand was wissen möchte, dann zwingt er das niemandem auf und sagt, ja, dann eben nicht, kein Problem. Der große Weise ist so in sich selbst absorbiert und verankert, in sich selbst ruhend, er fährt so viel Freude im Selbst. Er ist auf keine externen Dinge angewiesen. Er muss niemandem etwas beweisen und er braucht auch von niemandem etwas. Er ist vollkommen unabhängig. Das soll ein Transzendentalist sein. Er schöpft aus einer anderen Quelle Freude und ist deshalb unabhängig. Auf diesen Punkt möchte ich mich nun konzentrieren, auf diese Unabhängigkeit eines Sadhus, eines spirituellen Menschen. Weil das Gegenteil davon ist ein materieller Mensch. Und materielle Menschen sind, wir sind alle materiell, wir sind alle bedingte Lebewesen. Aber wir können mehr beeinflusst sein, angehaftet sein an die Materie und auch weniger. So, wir sollen versuchen, losgelöst zu sein. Das ist das Wort, das in der Bhagavad Gita verwendet wird. Asad Sangha oder Asanga, Loslösung. Sangha heißt eben die Gemeinschaft und auch Anhaftung. Und Asanga ist genau das Gegenteil. Und letztendlich erreicht man das durch Entsagung. Wir müssen uns in Entsagung üben. Und das vielleicht Schritt für Schritt. Man kann das nicht von heute auf morgen machen. Aber wir sollen versuchen, ja, so wenig wie möglich Interesse letztendlich zu haben an nicht-spirituellen Dingen. Wir sollen versuchen, so wenig wie möglich Interesse haben an nicht-Krishna-bewussten Themen. Weil das letztendlich gar nichts bringt. Das ist unnötig, Zeitverschwendung und unsubstantiell. Das bringt einfach nichts. Das zeitigt kein gutes Ergebnis. Ja. So, deshalb sieht man in den großen Weisen ihre Losgelöstheit von allem letztendlich. Sie sind vollkommen absorbiert in ihrer inneren Welt. Und sehen aus ihrer inneren Welt dann die Welt. Und deshalb sind sie auf niemanden mehr angewiesen und auf nichts angewiesen. Und wenn sie auf etwas angewiesen sind, dann ist es minimal. Minimal, um ihren Körper zu erhalten. Deshalb brauchen sie keine großen Annehmlichkeiten, keine Reichtümer, brauchen keinen Luxus. Essen nicht viel, trinken nicht viel, schlafen nicht viel und schöpfen eben aus einer anderen Quelle Freude. So, wir können uns in diese Richtung entwickeln, wenn wir einfach bewusst entsagen und uns von Dingen lösen. Und von Dingen lösen, die uns noch mehr in eine gewisse Abhängigkeit bringen. So, diese Abhängigkeit, diese schreckliche Abhängigkeit speziell von Dingen und von Personen wird aufgegeben. Ja. Auch von Personen, wir sind teilweise so abhängig von anderen Personen. Es gibt so krankhafte Beziehungen, abhängige Beziehungen. Da braucht man jemanden und es ist wie besessen. Und die Person, die man da so besitzen möchte, ist auch nicht erfreut, dass sie da so in Besitz genommen wird und so weiter. Des Weiteren agitieren diese materiellen Dinge unser Bewusstsein, unseren Geist. Dass man ständig beschäftigt im Geiste, denkt man ständig über Dinge nach, die unnötig sind und uns ablenken. Und da gibt es einen schönen Vers im Schrimad Bhagavatam im zweiten Kanto zu Beginn, dass materialistische Menschen, die sehr angehaftet sind an ihr Zuhause, an materielle Dinge, sie haben kein Wissen vom Selbst, sie verstehen nicht, ich bin eine spirituelle Seele. Und sie sind sehr interessiert, über tausende materielle Dinge zu hören. Und diese tausenden materiellen Dinge sind wie ein gigantisches Labyrinth, ein Netzwerk von, ja, ist ein Netzwerk der Ablenkungen. Und so ist die Seele in so einem Labyrinth dieser ganzen Ablenkungen verloren, vollkommen verloren und verwirrt. So, wir brauchen diese Waffe der Loslösung, Asad Sangha Tiaga oder auch, ja, die Waffe der Loslösung, wie eine Waffe, mit der man einen Baum fällt, ja, diese Verwurzelung, unsere Verwurzelung in der materiellen Welt kann abgetrennt werden und so werden wir frei. Ja, wie können wir das praktisch machen? Wir können einfach mal unseren Haushalt durchstöbern. Was brauche ich davon eigentlich? Was brauche ich davon? Wir können einfach mal eine Liste durchgehen an Beziehungen, die wir so haben, die uns nur verrückt machen, uns von schlechter Gemeinschaft lösen, von Menschen, die uns involvieren in ihre negative Denkweise und Handlungsweise. Ja, krankmachende Beziehungen, da muss man sich davon lösen. Oder sie mildern, anders mit ihnen umgehen, vielleicht auch seltener und wenn dann auch anders mit ihnen umgehen oder mal Klartext sprechen. Krankhaftes oder abhängiges Verhalten ändern an sich selbst und so weiter. Ja, wir müssen mal unser Leben aufräumen. Und meistens wissen wir sowieso, was das Richtige und das Falsche ist und da muss man konsequent sein. Und das ist sehr schwer und alleine praktisch unmöglich. Und deshalb braucht man gute Gemeinschaft. Man muss sich in gute Gemeinschaft begeben. Das ist genau das Gegenteil von der schlechten Gemeinschaft. Braucht gute Gemeinschaft. Und deshalb muss man diese finden. Menschen finden, die einen verstehen, die losgelöst sind, die selbst in sich ruhen, die nichts von einem wollen. Menschen, die uns nicht in Beschlag nehmen, sondern ehrliche, aufrichtige, selbstlose Beziehungen führen können. Menschen, die einen weiteren Horizont haben, die nicht solche Zombies sind, gedankenlos und so weiter. Ja, so und diese großen Weisen, die leben in so einer Situation, die leben eben entweder alleine oder in Gemeinschaft von anderen großen Heiligen. Aber niemals unter dem gewöhnlichen Volk, mit den gewöhnlichen Menschen. Weil was interessiert die gewöhnlichen Menschen? Nichts, was wirklich sinnhaft, sinnvoll und produktiv ist, aus der spirituellen Sicht gesehen. Wichtig ist, das, was uns geistig weiterbringt, was uns erkennen lässt, wer wir eigentlich sind. Das sollte die Hauptbeschäftigung sein. Ja. Ja. So, diese Entsagung ist ein Kennzeichen eines Großen, einer großen Seele. Entsagung, Wissen, Weisheit, Reinheit, ja, und so weiter. Und wenn wir diese heilige Gemeinschaft finden, dann sollen wir uns ergeben. Suche einen spirituellen Meister, suche einen weisen Menschen. Ergib dich dieser Person, diene dieser Person, stelle Fragen. Die große Seele kann dir Wissen offenbaren, weil sie die Wahrheit gesehen hat. So, das ist, wie wir uns einer großen Seele nähern. Voll Respekt, Ehrfurcht, Dienstbereitschaft und so weiter. Und soll unser Leben diesem Meister hingeben. Was kann ich für dich tun? Ich möchte dir dienen, ich möchte dich erfreuen. Und diese Seele wird geneigt sein, uns Wissen zu offenbaren. Uns erklären, was ist der Weg, den man begehen soll, um ein Atma, Atma Tattva zu bekommen. Wissen, Wahrheit vom Selbst. Was ist das Wissen vom Selbst? Wissen vom Selbst heißt, ich verstehe, dass ich nicht der Körper bin. Ich verstehe, ich bin eine spirituelle Seele. Ich bin ein ewiges transzentrales Lebewesen und stecke in diesem Körper. Und soll den Bedürfnissen des Körpers dienen, der Seele dienen, nicht des Körpers. So, diese großen Personen hier, diese großen Weisen haben sich eingefunden, um nun das wichtigste Thema zu besprechen. Und das ist Bhagavatam. Alles, was in Beziehung steht mit Bhagavan. Bhagavan heißt die höchste Persönlichkeit Gottes. Derjenigen, der alle Reichtümer besitzt. Bhagavan. Und das heißt eben Bhagavatam. Alles, was in Beziehung mit diesem höchsten absoluten Wesen steht. Und durch dieses Wissen werden wir dieses höchste absolute Wesen kennenlernen. Uns diesem Wesen nähern. Vers 6. So, nun beginnen die Weisen zu sprechen. Und wer spricht also? Der Shaunaka Rishi. Das sind jetzt viele Namen. Sutta Goswami, Sugadev Goswami, Shaunaka, Vyazadev. Das kann schon ganz verwirrend sein. Aber am besten ihr liest selbst mit im Srimad Bhagavatam hier und könnt euch das dann noch im Detail ansehen. So, nun sprechen die Weisen zu Sutta Goswami. Die Weisen sagten, Verehrter Sutta Goswami, du bist völlig frei von allen Lastern. Du bist sowohl mit allen religiösen Schriften als auch mit den Puranas und der Geschichtsschreibung wohl vertraut, da du dich unter richtiger Anleitung mit ihnen befasst und sie auch erklärt hast. Erläuterung. Niemandem sollte es erlaubt werden, auf dem Vyazasana zu sitzen, der nicht einen einwandfreien Charakter besitzt und von den oben erwähnten Lastern frei ist. Man sollte nicht nur von allen Lastern dieser Art frei sein, sondern man muss auch mit allen offenbarten Schriften, d.h. mit den Veden, wohl vertraut sein. Die Puranas sind auch ein Teil der Veden und geschichtliche Erzählungen wie das Mahabharat und das Ramayana sind ebenfalls Teile der Veden. Der Acharya oder Goswami muss all diese Schriften genauestens kennen. Man kann sich nur durch das Hören und Erklären der offenbarten Schriftenwissen aneignen. Hören wird Shravana genannt und Erklären Kirtanam. Diese beiden Vorgänge, Shravana und Kirtanam, sind von vorrangiger Bedeutung, um im spirituellen Leben Fortschritte machen zu können. Nur jemand, der das transzendentale Wissen aus der richtigen Quelle durch Ergebnishören empfangen hat, kann das Thema richtig erklären. So nun, die Weisen sagen zu dem Sutta Goswami, du bist so qualifiziert, uns zu erzählen, weil du frei bist von allen Lastern. Und was sind die vier Laster, die Shrila Broward hier aufzählt? Im Kali Yuga, wir kennen die alle, aber vielleicht spreche ich mal kurz darüber, warum die so wichtig sind. So erstens unzulässige Beziehungen zu Frauen, beziehungsweise unzulässige Sexualität, ist ganz einfach zu verstehen. Die meisten Menschen verstehen das halt nicht, weil Sex gilt als so natürlich und wichtig und toll und wunderbar, wenn man in Tamaguna ist. Es gibt drei Erscheinungsweisen, Tamaguna, Raja-Guna, Sattva-Guna. Und Sattva-Guna heißt Tugendhaftigkeit, da lebt man sehr gut, sehr rein, sehr ausgeglichen, sehr weise und so weiter. Jemand, der in Sattva lebt, ist heutzutage sehr, sehr, sehr selten. Raja-Guna heißt Leidenschaft. In dieser Erscheinungsweise möchte man sehr viel haben, sehr viel Erlangen, ist sehr ergebnisorientiert, sehr egozentrisch und sehr auch dynamisch und aktiv, aber alles nur, um sein Ego zu befriedigen. Und Tamaguna heißt Dunkelheit und Unwissenheit. Und da lebt man sehr düster, animalistisch, oberflächlich. Und wenn Tamaguna und Raja-Guna ist, und speziell in Tamaguna, da ist man auch sehr körperlich, sehr, identifiziert sich sehr stark mit dem Körper und denkt, die Bedürfnisse des Körpers sind die Bedürfnisse des Selbst. Die Bedürfnisse des Körpers sind meine Bedürfnisse. Und wenn ich diese befriedige, dann bin ich glücklich. So, wenn dann ein sexuelles Bedürfnis da ist, dann meint man, ich muss dieses erfüllen. Ich muss diesem dienen, damit ich glücklich werde. Wenn wir nun in einer Gesellschaft aufwachsen, in der die Sexualität von Anfang an, wo man sie tun kann, gefördert wird und gelebt wird, dann wird man von Anfang an so konditioniert und trainiert und ist geistig und körperlich auf Sexualität getrimmt. Und dann erscheint es ganz normal, das zu tun. Ich kann mich nur erinnern, als Kind, als das bei mir losging, diese sexuelle Erkenntnis, dass es sowas gibt und so weiter, da hatte ich immer im Hinterkopf, dass da ist irgendwas nicht richtig mit. Und ich denke, viele haben das. Irgendwas stimmt damit nicht. Ich wusste nicht, was es ist, aber irgendwas war nicht korrekt an der Sache. Aber man hat zu wenig Wissen gehabt. Eine gewisse Intuition hat der Mensch. Warum ist da ein Problem? Das Problem ist, wir sind ja nicht der Körper. Und die Sexualität bringt uns sehr stark in körperliche Identifikation. Man ist dann praktisch gefangen, wird besessen von dieser Sache. Und wenn man in einer Kultur aufwachsen würde, in der das nicht so präsent ist, dann hat man ein ganz natürliches Verständnis davon, dass das keine Lebensnotwendigkeit ist, beziehungsweise nicht, was man den ganzen Tag oder jeden Tag oder so oft machen muss. Verschwendet man viel Zeit und viel Energie. Viel Energie. Und so, ja, es ist ja ganz klar, dass die Sexualität den Sinn hat, Kinder zu zeugen. Das ist der Grund. Das ist ja, was eigentlich passiert. Und weil Kinder zeugen und Kinder haben, Kinder erziehen, ist so eine anstrengende Sache. Es muss die Natur, letztendlich ist das Krishnas Plan, so eine drastische Methode anwenden. Eine Methode, die uns so begeistert und die so angenehm ist wie eben Sex, damit man das überhaupt tut. Gut, angenommen Sex wäre nicht so angenehm, wer würde das dann tun? Allein vom intellektuellen Standpunkt betrachtet, was tut man da eigentlich? Ich meine, naja, ich will ja nicht in Details gehen, aber wenn man dieses ganze Gefühl wegnehmen würde, die ganze Sentimentalität der Sache, dann ist das ganz schön verrückt eigentlich, was da zwei Menschen tun, wenn die da Sex haben. Das ist eigentlich sehr seltsam, wenn man das mal mehr intellektuell betrachtet. Auch eine interessante Sache, über die ich manchmal nachgedacht habe, ist, dass der Körper hat ja, gerade wenn man das alles so teleologisch sieht, also dass ein Plan hinter den ganzen Formen der Welt ist und so weiter, dann ist der Körper, ja, hat ja auch eine gewisse Wertigkeit, würde ich mal sagen. Ja, es gibt gewisse Körperstellen und Teile, die repräsentabler sind, die wir mehr zur Schau stellen, die öffentlich, ja, die man präsentieren kann, manche nicht. Und ganz klar, das Gesicht wird nicht vermummt, ja, nicht verschleiert, kann man zeigen und so weiter. Naja, gut, interessant, wo sind die Geschlechtsteile bei Mann und Frau, sind zwischen den Beinen? Erstens, das ist nicht gerade auf einer sehr hohen Ebene, wenn man das jetzt so seltsam sagen mag, man hat die Geschlechtsteile nicht im Gesicht, ist nicht etwas, was man irgendwie allen zeigt, komische Vorstellung. Und es ist zwischen den Beinen, gleichzeitig sind die Geschlechtsorgane auch für die Ausscheidung zuständig, bei Männern und bei Frauen und sehr nahe auch an der, wie sagt man, ja, an der groben Ausscheidung, die eben hinten ist, was da an nicht sehr tollen Dingen rauskommt. So in einer Region, die unsauber ist, die permanent unsauber ist, ja, man muss sich immer pflegen und so weiter. So, man sieht schon eine gewisse Verbindung oder, wie soll man sagen, Beziehung, ja, zwischen Sexualität und mit dem, was Sexualität gemacht hat, wo die im Körper angeordnet sind, dass das, dass man das verhüllt, das ist so eine ganz intuitive Sache, dass man sich nicht nackt zeigen möchte und auch nicht soll. Wenn das so eine tolle, schöne, reine Sache wäre, wie zum Beispiel sprechen, jeder Mensch mag sprechen, mag sich ausdrücken, dann müssen wir auch nicht den Mund, wie sagt man, bedecken oder sowas. Ja, das ist keine anstößige Sache, aber Sexualität ist einfach anstößig, ist irgendwas, was man verstecken muss, was man nicht öffentlich machen kann und auch alles, was damit verbunden ist, auch die Körperstelle eben, ist immer bedeckt. Ja, klar in unseren komischen Zeiten heutzutage wollen manche Menschen, dass man das immer zeigen kann und auch öffentlich vielleicht nackt mal rumlaufen kann und man möchte das enttabuisieren, das ganze Thema und so weiter. Aber man sieht, da ist irgendwie schon ein natürliches Gefühl, dass das was ist, was man eher, wie soll man sagen, eher mit Bedacht umgehen soll und was sehr privat ist und so weiter. Interessant, ja, ist interessant. Ich meine, wenn das, was wäre denn das Problem eigentlich von Sex? Warum kann man es nicht einfach auf der Straße machen, warum kann man nicht nackt rumlaufen und so weiter? Ja, weil die Intuition, unsere Moral empfinden, dass die göttliche Moral reflektiert und sagt, nein, das ist was Gefährliches. Das ist etwas, das uns von Gott wegbringt. Das ist etwas, das uns von Krishna wegbringt, wenn man es falsch macht. Und deshalb soll man das sehr vorsichtig mit umgehen. Ja, und warum bringt das einen von Krishna weg? Weil es uns mehr mit dem Körper identifiziert. Man könnte fragen, warum hat es dann Krishna gemacht? Warum hat es das gegeben? Ja, letztendlich, warum gibt es die gesamte materielle Welt, die uns ja überall von Krishna wegbringen kann? Ja, die materielle Welt bietet eben Möglichkeiten für Sinnenbefriedigung. Das ist eine der Möglichkeiten, weil die Seele das möchte. Die Seele möchte, das heißt auch in den Schriften, Wenn sich die Seele abwendet von Krishna, dann wird sie ihn vergessen und wird in Illusion fallen und wird auch Angst erfahren. So, es gibt einfach diese zwei Optionen, sich Krishna zuzuwenden und sich Krishna abzuwenden. Und das ist eine Barmherzigkeit, damit man auch diese sinnlichen Dinge erfahren kann, obwohl sie nicht gut sind. Es ist nicht so, dass man sagen kann, oh, warum hat Krishna das denn gegeben? Da muss es ja gut sein. Alles, was es gibt, ist ja natürlich und muss gut sein. Nein, die Welt hat ihre Dualität, damit jeder das machen kann, was er möchte, dass die gesamte Bandbreite von Erfahrungen gegeben ist. Aber das heißt nicht, dass alles gut ist. Und Sexualität ist eben eine Sache, die nur dann gut ist, wenn man sie eben natürlicherweise und dann auch spirituell verwendet. Und das heißt, indem man Krishna-bewusste Kinder zeugt. Sonst ist es ein Missbrauch der Sexualität. Sprechen zum Beispiel. Ich kann die Sprache richtig verwenden oder ich kann sie falsch verwenden. Ich kann alles richtig oder falsch verwenden. So Sexualität auch. Und weil heutzutage, weil wir so getrennt sind von Krishna und einem natürlichen Moralgefühl, deshalb will man diese sündhaften Themen, Dinge legalisieren und so weiter. Und deshalb gibt es ja da Bemühungen und schon viel umgesetzt, dass eigentlich solche Dinge legal werden und so weiter. So, unzulässige Beziehung zu Frauen. Zweitens das Schlachten von Tieren. Äußerst sündhaft, äußerst erniedrigend, äußerst grauenhaft, jemanden, ein Tier umzubringen und aufzuessen. Zum Glück gibt es schon, ich habe es auch nie gesehen, aber Schlachthausvideos und so weiter. Also ich habe mal als Kind was gesehen und das hat schon gereicht. Aber unglaublich, welche Qual da den Tieren angetan wird. Was für Leid die Tiere ausgesetzt sind. Welchem Leid die Tiere ausgesetzt sind. Und so weiter. Also einfach nur schrecklich. Berauschung und Glücksspiel und so weiter. Ja, wir können so sündhaft leben als Menschen. Wir können so viel falsch machen. Wir können so viel Leid kreieren aufgrund unserer Unwissenheit, unseres Egoismus, unseres Stolzes, unserer Gier und so weiter. Und das bringt uns in diesen Kreislauf der Unwissenheit und des Leids, das selbst auf uns zurückkommt. So jemand, der nun spirituelles Wissen verbreitet, der muss natürlich frei sein davon. Weil wie kann man sprechen, richtig sprechen, wenn man falsch handelt? Wenn man falsch handelt, handeln ist ja schon eine Ausdrucksweise von unserem Verständnis. Und wenn ich falsch handle, wenn ich diese Dinge tue, dann was weiß ich groß? Wenn wir nicht mal die grundlegendsten Dinge anwenden können. Und was sollen diese Personen dann für Wissen geben? So deshalb hier auf dem Vyasa-San zu sitzen, das ist dieser heilige Sitz, von dem aus das vedische Wissen gesprochen wird. In jedem Tempel gibt es diesen Sitz, diesen Vyasa-San. Asan, das Sitz des Vyasa, des Vyasa-Devs. Und da darf nur jemand drauf sitzen und sprechen, der rein lebt und rein heißt eben diese vier Dinge nicht tut und der wirkliches Wissen empfangen hat von seinem spirituellen Meister. Er kann die Menschheit schulen. Auf ihn soll gehört werden. Und ja, die Menschen sind so gefallen, dass sie nicht auf die Sadhus hören, auf die Heiligen hören. Aber als Srila Prabhupada hier war, war ja auch nicht so, dass alle, die ganze Welt dann gesagt hat, endlich ist er da und wir machen alles, was du sagst. Im Gegenteil, es wurde sogar gegen ihn gearbeitet. Aber das ist immer das Los der Sadhus. Zu allen Zeiten und besonders im Kali Yuga. Sie kommen, um Wissen zu bringen und werden letztendlich umgebracht oder boykottiert und diffamiert und so weiter. Weil die Menschen wollen es nicht wissen, die wollen das nicht hören. Zum Beispiel, jetzt habe ich über den sexuellen Punkt gesprochen, habe ich sicher schon öfter gemacht. Warum? Nicht, weil ich besessen bin davon. Ich kann auch was anderes sprechen. Es ist einfach, weil das so dominant in der heutigen Zeit ist und weil wir es halt wissen müssen. Klar, wir können uns nur abwenden und das ist auch so, indem wir einen höheren Genuss erfahren. Das heißt, wenn wir das Spirituelle wirklich praktizieren und erfahren, dann können wir erst Abstand nehmen. Dann können wir es erst wirklich verstehen. Dann können wir es erst wirklich umsetzen. Vorher sind wir Opfer unserer eigenen Anhaftung, unserer eigenen Süchte und Neigungen. Deshalb wird primär diese positive Alternative empfohlen. Wir sollen uns dem Positiven des Spirituellen widmen, wodurch wir ein höheres Bewusstsein entwickeln und rein werden in unserem Denken und Handeln und eine wunderbare Freude erfahren, die viel besser ist als alles Körperliche zum Beispiel. So, wir haben diese zwei Verse besprochen, fünf und sechs. Wer von euch dieses Buch zu Hause hat, kann ja immer mitlesen, weil wenn ein Video rauskommt, Bhagavat Darshan, kann man sich das Buch schon rausholen und das mitdiskutieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das einfach in den Kommentarbereich. Ja, schön, dass wir zusammen das Bhagavatam lesen und das ist sehr spannend. So, wir haben nun gehört, dass diese Weisen sich eingefunden haben und nun beginnen sie, diese Fragen zu stellen. So, bevor sie die Fragen stellen, sagen sie zu dem Weisen, das ist Sutta Goswami. Er ist der Weise, der nun das Bhagavatam sprechen wird. So, er sitzt auf dem Vyasa-San, er ist vollkommen rein, er leuchtet eine große Szene und zuerst preisen sie ihn. Nochmal zur Erinnerung an diesen Vers 6. Ja, zweifellos hast du Puranani, also die vedischen Schriften, die Puranas, die Geschichtswerke, die kennst du, die hast du studiert. Und Setihassani, Janagaha, zusammen mit den Itihassas, Puranas und Itihassas, sind auch Geschichtswerke. Und du bist Anagaha, Anagaha ist das Wort, du bist frei von Lastern, du bist frei von Lastern, so eine große, reine Seele. Und ja, es ist wunderbar rein zu werden, ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, wenn diese sündhaften Tendenzen, Handlungsweisen vergeht und einen überhaupt nicht mehr interessiert. Und erst dann sieht man, dass es total unnötig ist und erst sieht man auch, wie belanglos und degradiert das eigentlich ist. Warum? Weil es uns als spirituellen Seelen nicht angemessen ist. Wir haben eine ganz andere Möglichkeit von Erfahrung, wir haben eine Möglichkeit, eine spirituelle, geistige Erfahrung zu machen. Und diese geistigen Bereiche, die sind uns verschlossen, wenn wir noch auf der physischen Ebene aktiv sind und im Besonderen so animalisch aktiv sind. Das sind einfach zwei Pole. Dieses animalische, sinnliche, sinnbefriedigende Handeln, wo es primär nur ums Fressen und ums, naja, um Geschlechtsverkehr geht. Das ist einfach, ich rieche das jetzt so krass aus, weil das ja wirklich so grob ist, im Vergleich zu dem, wenn man sich auf dieser geistigen Ebene befindet, auf der spirituellen Ebene. Und man frei ist von diesen Drängen. So, Anjanag Anaga, er ist frei von diesen Neigungen, von allen Lastern, frei. Akhyatani, erkläre bitte, Aditani, weil du bist auch sehr wohl belesen. Dharma Shastrani, was ist Dharma? Was sagen die Schriften über Dharma? Wie hat man zu handeln? Was kann man tun, damit man das Beste erreichen kann? Sage uns das, bitte. So, das ist die wichtigste Frage. Bitte, oh großer Meister, oh große Seele, was ist der Sinn des Lebens? Das ist es, was es eigentlich heißt. Und der wird eben in den Veden beschrieben. Bitte erkläre mir das. Ich lausche, ich höre. Ich will das verstehen. So ein paar Dinge haben wir ja besprochen jetzt, weil wir hören hier von Srila Prabhupada, dieser großen Seele, der ganz klar sagt, was Sache ist. Und dann, wenn wir das anwenden, werden wir das selbst erleben. Und wie gesagt, wenn ich aus Erfahrung spreche, es ist so wunderbar, dieses klare Bewusstsein zu entwickeln, klar zu sehen und frei zu werden von den Lastern. Wenn man sich nicht mehr verstricken muss, belasten muss, wenn man sich nicht mehr erniedrigen muss. Man muss sich nicht mehr erniedrigen. Ja, das ist eine große Barmherzigkeit. Gut, das war es für heute. Bhagavad-Darshan ist eine Diskussion des Srimad Bhagavatam. Diese große Schrift mit diesen wunderbaren Erläuterungen von Srila Prabhupada, dem großen Acharya, dem großen Meister des Kali-Yuga. Srila Prabhupada, seine Worte sind für uns heute bestimmt sehr klar und direkt, auch schockierend. Ja, warum? Weil wir eben in Illusionen sind, so er enttäuscht uns. Das ist, was er macht. Er nimmt die Täuschung von uns, weil wir falsche Vorstellungen vom Leben haben. Und das wird hier durch diese Worte zu Trümmern zerschmettert, zu einem gewaltigen Trümmerhaufen. Unser falsches Weltbild, das wir uns aufgebaut haben, in diesem Leben und vielleicht schon über viel Leben hinweg, wird von den mächtigen Worten des Srimad Bhagavatam zertrümmert, zu einem gigantischen Trümmerhaufen. Und aus diesem Trümmerhaufen soll wie der Phönix aus der Asche ein neues, ein geistiges Weltbild entstehen. So, wir sollen uns lösen von all diesen falschen Vorstellungen, die uns eingenommen haben, von denen wir besessen sind. Wir sind wie von Geistern besessen, wir sind wie von Sinnen. Und diese Katar, diese Informationen, zerstören diese falschen Auffassungen. Und dann sieht man ganz klar, was was ist. Und diese Möglichkeit bietet sich uns Menschen, indem wir unser Bewusstsein erheben, uns schulen. Uns lösen von dieser falschen Identifikation. Auffassungen von Ich und Mein, dass ich denke, ich bin der Körper und das, was mit dem Körper verbunden ist, das gehört mir und das ist wichtig. Das ist nicht wichtig, das ist vergänglich. Das wird zerstört, das wird aufgelöst. Alles, was ich jetzt meine, was wichtig ist, an das ich angehaftet bin, was ich mein nenne, inklusive diesem Körper, wird alles aufgelöst. Wird alles vergehen. Aber wir werden nicht vergehen. Und somit soll man nicht angehaftet sein, verstrickt sein, nicht süchtig sein nach diesen physischen Dingen. Weil wenn die vergehen und ich nicht will, dass sie vergehen, weil ich angehaftet bin, werde ich leiden. So deshalb soll man losgelöst sein und eine Ebene erkunden, die unvergänglich ist. Und das ist Krishna-Bewusstsein. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt das akzeptieren, weil dann geht es schneller. Shalabraupad ki jai. Hare Krishna.